Wir wechseln das Thema und kommen zur Pflege. Die Zahlen sind ernüchternd. In der Langzeitpflege fehlen 200 Betten, in den Spitälern 100. Allein am Landeskrankenhaus Rangweil stehen 50 Betten leer. Der Grund? Akuter Personalmangel. Patienten müssen daher vorzeitig entlassen werden. Und Zwangsmaßnahmen werden wieder häufiger. Das hat der Patientenanwalt vorgestern hier in Vorheute kritisiert. Heute hat die Arbeiterkammer Alarm geschlagen. Die Pflege steuert auf einen absoluten Notstand zu. Ein Pflegearbeitsplatz muss familienfreundlich nicht überfordernd und gut bezahlt sein. D.h. die 10,2% plus, die in Wien gestern beschlossen wurden, sind eine Vorgabe für die Verhandlungen im Land, die erst beginnen. Man hat um jeden Pfennig herumgestritten. Obwohl die Gewerkschaft jahrelang gesagt hat, wir gehen in einen Pflegenotstand, wir haben Probleme, die Leute zu rekrutieren. Und es ist zwischen den Pflegedienstleitungen und der Gewerkschaft eine übereinstimmende Fachmeinung gegeben hat, ja, da müssen wir was tun. Das Land hat immer gebremst. Und dann stellt sich die Landesrätin jetzt hin und sagt, ja, wir müssen den Leuten mehr zahlen. Das ist jetzt der Knackpunkt. Wenn sie dieses Jahr einen Abschluss, der nicht zweistellig herrscht, dann sehen wir schwarz, dass man im Pflegebereich die notwendigen Personen überhaupt halten kann. Die Krankenpflegeausbildung geht nach Ansicht der Arbeiterkammer in die völlig falsche Richtung. Gehobene Pflegefachkräfte werden nach der letzten Reform nur noch an der Fachhochschule ausgebildet. In der Fachhochschule gibt es 100 Plätze, 60 davon sind besetzt. Es gibt eine Dropoutquote von 25 Prozent. Das geht sich nie im Leben aus. An den Krankenpflegeschulen werden Pflege- und Pflegefachassistenzen ausgebildet. Das sind 100 jährlich. Für die psychiatrische Pflege braucht es eine Zusatzausbildung. Auch hier fehlen einfach InteressentInnen. Landesrätin Martina Rüscher erklärte heute zum Personalproblem im Landeskrankenhaus Rangweil. Mit der Modernisierung des Gebäudes würden attraktive Arbeitsplätze entstehen, Ambulanzen seien bereits ausgebaut worden, es gäbe ständige Deeskalationsschulungen und an der Weiterbildung von Psychiatrie-Pflegeassistenten und Pflegefachassistentinnen werde gearbeitet. Zurückantrie Telefonkapier